hier in der Nähe von dir und du bist in das ganz große Haus ja in die Villa in der Nähe ist so ist so ein Haus das hat ein Kreuz dran Mama ich habe in der Villa ein Schalter gedrückt da hat sich ein Gang geöffnet und jetzt bin ich in irgendeiner Halle Mama ja jeden Fall ich sehe zwei Scheiter zwei Scheiter sehe ich von der Mauer aus hier ist ein Schild dort steht die da im Entschuldigung hier ist obsidian der Roma Diamanten im wahrscheinlichen Spitzhacke um das kaputt zu schlagen eine Kiste mit zwei Stöcken für die Spitzhacke haben wir einfach mitgenommen ja ich habe ich habe jedenfalls schon mal zwei Scheiter gesehen muss nur mal umlegen ja ich will mir er ich will erst mal die Feder was lieb auch fehl sagt weder mich verarschen man soll eigentlich von den Türen runter springen das Wasser aber das eingefroren ja das liegt ähm daran dass die Karte etwas älter ist und früher gab es ja noch könnte ich nehmen ich hab noch ein Punkt ich war auf dem Tor und kommen jetzt nicht mehr hoch ich habe es vier fehlern ich habe es vier fehlern ich habe es ein 2 noch noch zwei Töme dann habe ich alle Fehler auf den Türen für ein die Nürnberg auch ein bisschen weiter oben ist ein Schädel und Schädel und hat ihn ist ok ok md ok ja no abhappen peter Warte Nein, erst bei der Villa Ich gehe zu den letzten Toren, wo die Feder ist Warte, hier ist eine Kiste einfach so Hier ist eine Kiste einfach so in der Mitte von einer Mauer Da ist eine Feder drinnen Oh, dann noch so eine andere Ah Alter Kürbens ist runtergeschlagen Okay, bei den letzten Toren war Creeper schon Ja, Creeper bestimmt Warte, bei den Toren hier geht es runter Das ist hier Ich bin runtergeschaut Äh, mich bin ich bei in Gang, ne Ich bin jetzt irgendwo bei in Gang Ja, äh, beim Sponpunkt, wenn hier drinnen geht, brauchst du die Diamanten, um eben die Druckplatten zu öffnen Nein, 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 ich bin neuer Kirche, so ähnlich wie ne Kirche bin ich drin Okay Wo ist denn die Warte, wenn du Warte Warte Ich guck die Karte an Scheiße, du kann man sehen, wo man auf der Karte ist gar nicht nur Hier ist kein Pfeil Warte, äh Guang, gib euch beiden meine Karte Okay ja wenn du auf die Karte guckst ja sag mir wenn ich fertig so ähm wenn du auf die Karte guckst dann ist doch ganz oben sind noch zwei Törme ja in den in den zwei Türmen ist ein Gang geht so ein Gang nach unten da müsst ihr runter gehen dann kommt ihr in die Kirche noch äh so ähnlich wie die Kirche kommt ihr dann da runter ich sehe die speziell so ausgelegt dass da wurde etwas extra groß gebaut so man das da abgucken kann da kann man nur durch den Turm da rein aber wie ich gerade sehe ist hier nicht oh mein Gott oh Gott äh okay gehst du grad zum Turm gerade nicht warum weil wenn ich das jetzt nicht schaffe runterfalle bin ich tot was ist denn unter dir ähm nicht jedenfalls ich muss bloß ähm von der sehr von sehr hoch nämlich dauernd Jump'n'Run machen um auf die andere Seite äh zu kommen ich muss mal kurz raus brauchte es ähm ich hab' ich vergessen rein zu tun ich bin vor ich komme einfach nicht darauf Soll ich denn jetzt doch rüberkommen? Ja, da war ich schon mal. Ja, da war ich schon mal. Ey, geh mal zum Turm und versuch mal das Jump One, weil ich schaff das nicht. Weil da drüben ist wahrscheinlich irgendwas. Okay, wo bist du? Das ist in die Türme. Ey, wenn du auf die Karte guckst, ganz oben sind zwei Türme. Ja, in den zwei Türmen, da geht ein Gang nach unten. Von einem von den zwei Türmen. Geht mit dem Gang noch unten und da müsste dann eben lang. Dann kommt ihr zu den Kirchen. So ähnlich. Ich bin auf jeden Fall im Fall. Im Rechten, welchen bist du im Rechten? Ja, wo ist der Pfeil? Wo kommen wir denn sehen? Ach nein, das ist auch okay. also weder nur fasziniert. Mit der Seite sind die Lerke zurückgezogen auf. Dann soll ich das noch mal drauf und dann nach oben. In die Kammerung auf geschong. Dann bin ich hierher grade auf und dann. Ich bin gespannt. Du reingst mir. Zeigendach habe ich es mal so was ich vermutlich. Ich bin gespannt. Übrigens. Ja, da gibt es erst mal. Also, es muss ich überhaupt nicht runterkommen. Da bin ich noch da mal auf. ja du musst du musst auch du musst jetzt da drauf und jetzt da wo die Mauer ist da rüberspringen jetzt müssen wir den ganzen Weg bis zur rüberspringen auch ganz weg bis zur rüberspringen ja zur ersten Zeit da ist irgendwas ich habe meine Wege ich habe das irgendwie da dauert bei mir leckert es dauert bei dem Sprung